bin noch klein. das nennst du klein? zu dir ja. daran ist gar nichts kleiner. ich bin sogar noch klein im vergleich zu foxy. aber mir sagt das, das ist nicht klein. ich habe schon mit leuten gespielt, die waren noch auf level 5, während ich schon über 1000 war. das nennst du klein? das glaubt mir, das ist nicht klein. ja, bei 90 Prozent. irgendwie habe ich gerade das verlangen von pokémon, das lied mit schwester joy und officer rocky umzubenennen. dass ich nicht mehr rocky, oh rocky singe, sondern raffi, oh raffi. alter, ganz ehrlich, stell dir mal einen rocco vor, einen frauenverliebten typen, der jeder frau hinterher rennt, der auf einmal raffi, oh raffi singt. ein fehler und ich bin rausgeflogen. oh, bei mir stehst du hier nur noch und startest die mit tafeln. jetzt bist du weg. ich weiß nicht was los ist. ich dachte noch mal neu. tut mir leid. dafür ganz früher nichts. ich versuche mal mein glück. vielleicht schaffe ich es ja in dieser kurzen zeit die geist irgendwie zu finden. zu entdecken. ach, das kann man hier gar nicht bewegen. okay. das ist doch bisher noch das einzige gebäude neben dem neben dem asylum, also neben der psychiatrie, bei dem ich nicht weiß, wo überall die besicherungskassen sein kann. hab ihn. ja. ich bin grad in der lobby. kannst du über den stream noch mal ein bisschen... ich hab das reacher brett. in der garage liegt das reacher brett. und du hast gedacht, in dieser runde bist du nicht dabei? nee, leider nicht. hier ist ja auch noch ein raum, in den man rein kann. und es ist auch noch so schön hell hier. vor allem, dass schlimme ist. man kann sich hier nicht richtig verstecken. man hat wirklich nur die möbel, hinter dem man sich irgendwie hinkauern kann. ja, das haus kenn ich wirklich nicht. es kam ja auch erst, äh, kam ja auch erst ganz nur raus, letzten monat oder so. ah, okay. ja, wie gesagt, wo ich das letzte mal gespielt hatte, war das neuste... das prison, ich weiß. glaub mir, wenn ich dir sage, die kennst du noch nicht, dann kennst du sie auch noch nicht. aber die tapeten sind irgendwie, wie soll ich sagen, aus 1700 geklaut worden. oh, ich hab den knochen gefunden. ich hab ne tür gehört. ja gut, ich hab da jetzt leise gemacht, ne, ich hör da keine tür. ich glaub, das ist auch ein bisschen zu leise für den stream, aber wenn ich es lauter mache, dann... hab ich hier hörstürze ohne ende, für andere sachen, was wegen anderer sachen, aber welche tür hat der denn jetzt? hier ist er gerade irgendwo gelaufen. ah, da ist ein wild geflogen. also ich hab ihn auf jeden fall hier oben so... da ist er. er hat ne keule. er hat ne keule, ach. gibt es keine neuen geister? es gibt zwei neue geister. ok, er ist in der garage mit gefriertemperaturen. was ich auch witzig finde, ich habe früher immer die geister... oh, das sieht nach einem f5 aus. er hat die geister aus dem schrank heraus angelabert, von wegen, ja komm her, du blöder geister. obwohl er die ganze zeit vor dem, ähm, vor diesem wandschrank hin und her gelaufen ist, ne? mhm. er hat die tür nicht ein einziges mal aufgerissen oder sonst was, er hat mich nie gefunden. letztens saß ich mit foxy drin in nem schrank und habe nur etwas zugeflüstert. auf einmal springt die tür auf und der reißt mich da raus, sozusagen. ja, der reißt auf einmal diese tür auf und zack, bin ich weg. ach ja. ich hab mir das immer so bei... ich glaub, bei Conk habe ich das gesehen. der stand da am regal, wo sonst, ähm, ne? wo haben wir ja das buch drauf gelegt. der geht vom regal, was weg, der eine geht raus, auf einmal fällt das buch aus dem regal einfach so rum. ja, das ist normal, das macht halt der geist. aber im lkw. hä? ja, im lkw. aber halt, garage hab ich gesagt, nicht küche. da hab ich aber auch doof geguckt gehabt. glaub mir, da... äh, ich wollt grad sagen, das glaub ich dir gerne. du kannst dir gerne, also da hätte ich auch blut geguckt. so, klappt das noch. ja. man hört bei dir komplett jede einzelne nachricht, wenn du was tippst, etc. das ist grad so ein bisschen ablenkend. ich hab das schon leise gestellt. ich mach jetzt mal da die ganzen Ton aus, so. okay, also selbst mein Herd ist ein bisschen fortschrittlicher mittlerweile. du weißt ja, wie die Arme sind, sie kochen alle noch mit Gas. nein, das hier ist kein Gasherd. davon war auch nicht die Rede. ah, okay. wir haben halt einfach nur... drei kleine und eine große Platte. okay, hab ich jetzt nicht so genau... bisschen weiß, was heißt hier fortschrittlicher? meiner hat einfach nur zwei große, zwei kleine Herdplatten. bei den großen kann ich nicht mal entscheiden, ob das nun jetzt eine große oder eine kleine quasi sein soll, in Anführungsstrichen. wo bist du? wie alt bist du? ähm... wo bist du? kann ich auch grad noch... verdammt. wenn du dich mutest, ist mir das doch egal, was du machst. okay, okay. die Box reagiert nicht. aber ich war gar nicht rausgeswitcht aus dem Spiel. wieso funktioniert die Box nicht? ah, ich war im Warteraum rausgeswitcht. Spiel, ich nehm wieder alles viel zu sensibel. also viel zu sensibel war mit dem... bei mir, ich hatte früher nie Probleme damit, ne? nie. okay. allöchen racer. so, jetzt kannst du racer hat den sound aktiviert. ach so. ähm... wenn du hops gehen solltest, dann die gegenstände wenigstens noch sichern. die verlier ich nicht. du bist ja auch raus geflogen. genau. selbst wenn du noch drin wärst und dich hops geben dann deine items. außer ich geh hops, dann sind sie weg. ja dann sind sie weg. aber ich kann sie noch alle benutzen, weil wir haben sie ja quasi mitgenommen. okay, diese beiden aufgaben werde ich nicht machen. ich möchte nur noch den geist herausfinden. ich hab das licht vergessen auszumachen. na racer, wie geht's dir so? hoher ein, wir kommen hoher mutter. so. du nimmst ein stativ ohne kamera mit? oh. hab ich ernsthaft die kamera... ah ja, ich war noch in der vorherigen runde, da hab ich die überall schon drauf gesetzt gehabt. ja, ich sag doch, ich bin heute wahrscheinlich auch nicht mehr so üblich zum gebrauchen. ganz fett. ich bin heute einfach noch nicht mehr so wirklich zu gebrauchen, glaube ich. auf jeden fall weiß ich, auf dieser kamera, die da jetzt drin steht, seh ich nicht. also kein orb. nimm doch ne kamera so mit, ne? verdammt! ich sage das war's. Ich habe mich bemerkt, okay, das war's. Okay, werde ich jetzt gleich sehen, weil ich sehe noch, wie du gerade ins Haus reinläufst. Ja. Ich höre dich übrigens nicht, wenn der mich hat.